Musik Moin aus Berlin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge ETS 2 hier auf meinem Kanal. Und ja, ich sehe gerade, wir stehen hier einmal noch am Rastplatz. Wir haben hier gerade wahrscheinlich Döner oder sowas gegessen. Keine Ahnung. War lecker. Schön Cover dabei und jetzt fahren wir mal weiter. So gut, dass ich nicht sehe, was hinten passiert. Ja, wir sind auf dem richtigen Weg. Wir haben noch 30 Kilometer vor uns, also genau die richtige Menge für diese Folge. So. Übrigens, ich sage es schon mal jetzt, damit ich es nachher nicht vergesse. Däumchen werden, Träumchen. Abo noch viel schöner, klickt auf die Glocke, dann erfahrt ihr, wenn es neue Sachen hier auf meinem Kanal gibt. Und das Ganze kostet euch vor allen Dingen nicht. Schön den Mann gewig gepoltert da. So, wir haben heute Donnerstag. Ich habe heute Spätschicht, deswegen habe ich vor der Schicht ein wenig Zeitfolgen aufzunehmen, ohne in aller Herrgottsfrühe aufstehen zu müssen. Kurz vor 10, Mittagessen ist in der Mache, also alles schick und gut. Und da habe ich eben kurz Nachrichten gehört. Alter, ich, ganz ehrlich, so langsam schlägt es dem Fass den Boden aus, muss ich sagen. Na ja, leidige Thema Corona, ne? Da werden dir FSP-2-Masken, oder wie die Dinger heißen, vorgeschrieben. Ähm, jetzt ist ein Unternehmen in der Nähe von, ja, auf jeden Fall im Kreis mit Nöbeke, Porta Westfalia oder sowas, auf dem Auto auf die Idee gekommen, man kann ja die Lkw-Fahrer testen. Da kostet so ein Test dann 39,90 Euro. Und die meinten dann, na ja, wenn der Test zur Pflicht wird, dann wissen die Menschen ja, an wen sie sich wenden können. So, ich will jetzt mal so sagen, wenn ich verpflichtet bin, so einen Test machen zu lassen, dann bezahle ich den ganz bestimmt nicht selbst. Weil ich muss für mich sagen, Runde mal auf, 40 Euro sind für mich eine Menge Holz. Diese Unboxings, was ich hier mache teilweise, ja, das ist dann halt gewusst wie, aber trotzdem, wenn die mich zu was verpflichten sollen, sind auch bezahlen. Punkt. Es wird immer dreist, oh, hier kommt wieder eine tolle Strecke. Es poltert wieder im Lenkrad. Ach so, hatte ich gesagt, mein Twitch-Kanal dürfte ja auch folgen. Zeit, dass ich mal wieder was mache. Ich komme zeitlich einfach nicht dazu, ist das ganz schlimm. Sollte viel mehr streamen. Und langsamer fahren, sonst haben sie mich gleich geblitzt. Bei dir ist auch Sommer ausgebrochen, oder? So, was haben wir denn? Wir haben 2.39 Uhr. Das heißt, das meiste der Nacht ist geschafft. Brich. Äh, es wird gleich wieder heller. Oh, hier müssen wir links. Jusk, ist das das, ganz ehrlich, ist das das, äh, ungarische Ikea, ey, was ist das denn? Ja, genau. Dankeschön. Ich mogel mich einfach mal dezent vor. Dezent vorgemogelt. Anders kann man das nicht sagen, so soll das sein. Muss gleich auch mal gucken, Videorendering, wie das klappt. Ich denke mal, wenn wir so 2, 3 Tage Vorlauf haben, sollte es einigermaßen funktionieren. Und es ist zu hoffen, dass es irgendwann nochmal wieder schneller wird. Wer also 4K gucken will, da braucht es mal etwas länger im Moment. Ähm, ich denke, wir sollten, wenn wir hier mit dieser Tour fertig sind, aber gleich mal irgendwo schlafen gehen. Das kann mal nicht schaden. Vielleicht auch mal 2 Nächte hintereinander. Denn, äh, wir wollen ja über Tageslicht fahren, das zu meinen. So. Oh, da steht schon wieder so einer zum Blitzen oder so. Ne, da haben sie einen angehalten. Sehr mobil hier, die Polizei, ne? Also, ja, 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 ich bin ja fast da. Noch 18 Kilometer. 20 Minuten. Na, oben steht 23. Habe ich doch gut geschätzt. Ich weiß sowieso nicht, was so lebenswichtig ist, dass man das nachts um Viertel vor drei auf der Matte haben muss. Aber das ist die heutige Logistik, ne? Früher gab es noch so was wie Öffnungszeiten. Schon mal gesagt, allein wenn ich schaue, bei uns hier der Supermarkt. Von 7 Uhr bis um 0 Uhr geöffnet. Warum? Die Welt ist verrückt, ganz ehrlich. So, in was für einer Hektik die Kinder heutzutage aufwachsen. Ich glaube, wir hatten, was ich schon auch mehrfach gesagt habe, wir hatten damals einfach mehr Ruhe. Es war ruhiger. Abends um 6 Uhr hatten die Läden geschlossen. Da war gut, samstags mittags um 14 Uhr. Dann hattest du Wochenende und das hast du gemerkt, es war ruhig überall. Und ging dann ins Schwimmbad oder Essen oder Kino oder Freizeitpark, was auch immer. Auch in der Woche teilweise war Zeit, noch abends meinetwegen noch ins Schwimmbad zu gehen. Gerade im Sommer. Echt, da hatten die Mitarbeiter dann, die dann um, keine Ahnung, um 6 Uhr angefangen sind. Die hatten dann um halb vier Feierabend. So. Dann ging es danach noch ins Schwimmbad. Dann brauchst du heute nicht mehr machen. Es war definitiv ruhiger in meiner Jugend, Kindheit. Und ich glaube, das wäre es auch noch, würde es das Internet nicht inzwischen geben. Es hat doch sehr, sehr viel verändert. Nicht alleine, wenn ich hier in Berlin sehe, du bestellst mal morgens bei Amazon zum Beispiel. Und abends hast du das Zeug auf der Tür liegen. Also. Gut, nicht alles. Auf Schrauben wartet man auch schon mal drei Wochen. Aber mein TV-Gerät hängt jetzt endlich an der Wand. So. Ja. langsamer Geschwindigkeit durch. Aber hier sieht man auch schon wieder, hier ist eine Strecke, wo wir schon gewesen sind. Sechs Kilometer, immer noch. Ja, heute zieht sich das ein bisschen länger hin, glaube ich. Aber obwohl, wenn ich auf die Zeit gucke, knapp zehn Minuten, alles weg. Joa. Passt. Aber ich glaube, dann haben wir für den heutigen Tag auch genug gemacht. Und auch wenn das Bett erst halb voll ist. Sehr schön. Eine sehr schöne Fahrt heute, muss ich sagen. Ganz gut, dass wir das nicht probiert haben. Was man auch feststellt. Oder auch nicht. Ich wollte gerade sagen, die Züge hier sind länger, aber. Ich finde das so geil, weil die nachfedern, ne? Die bleiben nicht einfach oben steht, sondern federn so ein bisschen nach. Das ist schon schön gemacht, auf jeden Fall. Schlafen noch alle, kaum einer aufgestanden. Ich denke am letzten, also bei der Tour für den letzten Januartag, nehme ich hier den Schnee oder die Schneemaskawa. Sprich, am 1. Februar ist hier wieder grün. So, da ist das Fahndal schon vormarkiert, wo wir hin müssen. Jetzt nicht mehr weit. Hier war er, ja. Oh, da ist es noch. Ey, das ist freundlich, du. Mein Gott. Wahnsinn. Und die hier hätten das Tor schon längst offen haben können, oder? Muss ich denn überhaupt hin? Moment mal. Muss man eben gucken, wo das Ding überhaupt hin soll. Das kann ich im Moment nämlich überhaupt nicht nachvollziehen. Da hinten hinter, oder was? Sitzt die Fahne aber völlig falsch. Okay, da rein. Wenn hier diese blöden Kisten nicht stehen würden, könnte man da auch rumfahren. Alter Schwede, das wird lustig. Kann ich die Frage vorwärts hier reinfahren, oder? Oder machen wir was? Ah, ich glaube, ich weiß. Ich habe so meine Idee. Ich wollte das auch vor allen Dingen auch einfach in dieser Folge abschließen. Mein Gott. Manchmal habe ich ein Gestammel am Start. Das ist unglaublich. Ich könnte meinen, ich habe nicht alle beisammen, oder so. Nein, und ich stotter auch nicht. Ich habe da noch nie ein Problem mit Stottern, oder so, gehabt. Wasser. Zu weit einlenken. Wird dann auch nicht. Also, es ist teilweise, muss man sagen, was das Einparken angeht, ist das hier manchmal echt eine Herausforderung, ne? Aber, man müsste manchmal mit der Kamera etwas weiter rauszoomen können. Das wäre ganz, ganz praktisch. Gehen wir da rein, ohne den da anzuditchen. Oh, ja, 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 das war jetzt. Gar nicht so schlecht eigentlich, ne? Ja, aber in diesem Sinne, liebe Leute, wir sind gleich drin in der Parklücke. Das ist ja relativ gut, würde ich auch mal behaupten. Äh, gut. Mit Außenansicht kein Ding. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und freue mich, wenn ihr morgen früh wieder mit dabei seid. Und sage bis dahin an dieser Stelle erstmal, ciao, ciao, macht's gut. Und wir liegen nicht ganz im Rahmen, wir haben eine Minute überzogen. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.